Also wenn man jetzt hier anfängt, mal, das ist ja ziemlich schnell zu machen, Omega R ist einfach 1 durch die Wurzel von LC. Und dann kann ich diese Werte einsetzen und bin im Prinzip fertig. So, und das Z-Gesamt bei dieser Kreisfrequenz, bei der Resonanzkreisfrequenz, bei der sich ja Kapazität und Induktivität vom Einfluss her genau aufheben, da bleibt einfach R über und das sind dann eben die 5 Ohm. Ich habe eine kleine Frage hier, also Resonanzkreisfrequenz heißt die Omega und was heißt die F? F, also Omega wäre jetzt 2 mal Pi mal Fr und das Fr, also das Fr würde man in der Einheit Herz angeben und die Kreisfrequenz, das Omega R, würde man in der Einheit 1 durch Sekunde angeben. Aber... Was heißt Fr, also in einer Aufgabestellung? Na, Fr wäre die Resonanz, also das wäre die Resonanz, Resonanzfrequenz und das ist die Resonanzkreisfrequenz. Okay, okay. Das ist der einzige Unterschied. Ja, und ich meine, ja, so wie man, also das kommt ja daher, weil das Fr, also eine Frequenz ganz allgemein, vielleicht mache ich mal das R weg, eine Frequenz ganz allgemein ist ja das Reziproke von der Periodendauer. Ja, und im Normalfall will ich ja damit irgendwelche Schwingungen beschreiben. Und jetzt ist auch wieder so das Ding, die Schwingungen sind sinusförmig oder cosinusförmig und ich kann nicht einfach sinus von T schreiben, weil das funktioniert nicht. Ich kann nicht sinus von einer Zeit ausrechnen in einer Einheitssekunde, Minuten, Stunden, was auch immer. Ja, so, also da muss irgendwas vor dem T stehen, was die Einheit der Zeit weg macht und das ist eben das Omega mit dem 1 durch Sekunde. Ja, und dann will ich ja auch haben, dass die Sinusfunktion, also, machen wir nochmal hier so ein bisschen zurück, eigentlich will ich ja machen, dass die, oder ich, oder ich könnte eben auch so schreiben, ja, sinus von T durch Groß T und weil ein Sinus zumindest im Bogenmaß, ja, so eine 2P Periodizität hat, muss hier noch das 2P mit drinstehen. Ja, so, und jetzt kann ich mir überlegen, okay, wenn ich das jetzt einfach umschreibe und sage, aus dem 1 durch T schreibe ich ein F hin, dann steht da Sinus von 2 mal Pi mal F mal T und weil ich nicht jedes Mal 2 mal Pi mal F mal T schreiben will, fasse ich das 2 mal Pi mal F zu einem Omega zusammen. Und das ist die Periodendauer, das ist die Frequenz und das ist die Kreisfrequenz, das Omega. Und damit man Frequenz und Kreisfrequenz so ein bisschen einheitmäßig auseinanderhalten kann, sage ich eben, okay, die Frequenz hat Hertz, die Kreisfrequenz hat 1 durch Sekunde. So, so, und das ist das. Und hier, also hier unten ist ja jetzt so ein bisschen, ähm, tja, also hier muss man ein bisschen was wissen, damit man das, damit man das versteht, was damit gemeint ist. Ähm, und, also wenn ich jetzt einen reinen Resonanzkreis hätte und ich male jetzt mal hierzu sozusagen die Ortskurve der Impedanz hin, ja, ähm, das ist die imaginäre Achse, das ist die reelle Achse. So, dann habe ich ja mit verschiedenen Farben, dann habe ich den Widerstand. Der Widerstand ist einfach ein Zeiger, der ist ja auch konstant auf der reellen Achse. So, und dann habe ich die, die Impedanz der Induktivität, ZL ist J Omega L, zeigt nach oben. So, und das würde ja jetzt im Endeffekt eine, eine Ortskurve ergeben, die hier nach oben zeigt. Ja, je nachdem, wie groß das Omega ist, in die Richtung nach da wächst das Omega. Ähm, oder Omega geht gegen unendlich, oder in die Richtung wächst das Omega. Ich schreibe mir hier nochmal dran, dass wir jetzt das R. So, und, äh, das Letzte, was ich ja noch habe, ist das C, und das ZC zeigt nach unten, weil ZC ist 1 durch J Omega C und 1 durch J ist Minus J. So, und hier ist jetzt so, naja, wenn das, also ergibt sich ja auch eine Ortskurve draußen, die nach unten zeigt, hier ist aber auch so 1 durch was ganz Großes erhebt ja was Kleines. Also hier unten, also in die Richtung hier ist, wo das Omega gegen Null geht. Ja, so, und das wäre ja hier oben bei dir auch die Stelle, wo das Omega gleich Null ist, und bei dir hier unten ist das eben die Stelle, wo das Omega gegen unendlich geht. So, und deshalb kommt für die Gesamtimpedanz-Ortskurve, was nehme ich da jetzt mal für eine Farbe hier in diese schöne Lina, also für das Z-Gesamt von diesem reinen Schwingkreis von Omega kommt diese senkrechte Linie bei raus, ja, wo hier oben das Omega gegen unendlich geht, hier unten geht das Omega gegen Null. Und genau hier in der Mitte haben wir die Resonanzkreisfrequenz, ja, weil sich hier in der Mitte genau der induktive und der kapazitive Anteil aufheben. Hier in der Mitte ist genau Omega gleich Omega R. So, und tja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, bei welchen Kreisfrequenzen gilt, dass der Betrag von Z-Gesamt Wurzel 2 mal 5 Ohm sind. Die 5 Ohm, ja, hier, das ist der Widerstand, das sind 5 Ohm. So, und jetzt Geometrie. Das kann entweder oben oder unten sein. Genau, das kann oben oder unten sein, ja, und Betrag, wenn der Betrag Wurzel 2 mal so lang ist, das ist jetzt hier Wurzel 2 mal 5 Ohm, und das hier unten sind auch Wurzel 2, 2, naja, nur noch ein bisschen runter, weiter runter, so Wurzel 2 mal 5 Ohm. Noch einmal, wie haben Sie das gemalt? Also die Wurzel 2, 5 Ohm, also warum ist das nicht nur auf die reale Achse? Nee, ja, weil der Betrag der Impedanz, also, weil der Betrag der Impedanz, die Impedanz kann ja nur hier irgendwo sein, auf dieser Linie, auf dieser Ortskurve, ja, so, und wenn, wenn das, also hier unten das ist 5 Ohm lang, und diese Diagonale ist jetzt Wurzel 2 mal 5 Ohm lang. Und jetzt ist die spannende Frage, und das ist ja im Prinzip eigentlich der Trick dieser Aufgabe, wie groß ist dann dieser Winkel hier, V und, äh, also sagen wir mal, V1 und V2? Wenn das hier Wurzel 2 mal 5 Ohm lang ist, und das ist Wurzel 2 mal 5 Ohm lang, ähm, was muss das für ein Winkel sein? Und, äh, also wir können das jetzt natürlich, ähm, ausrechnen. 45 Das sind genau 45, ja. Oh, da passiert auch was im Chat. 90 Grad, nee, 90 Grad wäre, dem wäre es ja irgendwie, ähm, also hier, der Winkel hier unten, ähm, das hier, das hier sind natürlich 90 Grad, und das hier sind 90 Grad, aber der Winkel, und damit auch der Winkel hier oben, und auch damit der Winkel hier unten, das müssen genau 45 Grad und minus 45 Grad sein. Das heißt, diese Kreisfrequenzen hier, die man ausrechnen soll, das sind die 45 Grad Frequenzen. Ja, und diese, dieses, diese, also das, das 45 Grad Frequenzen sind, das ergibt sich praktisch aus dieser Wurzel 2 mal 5 Ohm Bedingung, weil Wurzel 2 genau die Hypotenuse ist in einem rechtflinkligen Dreieck, wo die Kathete, die Ankathete und die Gegenkatheten, oder eben die beiden Katheten gleich groß sind. Also, bei den 45 Grad Frequenzen gilt eben, dass der Betrag der Impedanz genau Wurzel 2 mal so groß ist, wie diese 5 Ohm. So, und, tja, wie kann man die 45 Grad Frequenzen relativ einfach ausrechnen? Es gab eine Formel dafür. Ja. So, und also, naja, letztendlich, also wenn man das jetzt ganz exakt machen wollen würde, würde man natürlich sagen, hier diese Gesamtimpedanz von Omega, ja, das wäre ja sowas wie R plus J Omega L plus 1 durch J Omega C. und wenn ich das jetzt mal zusammen aufschreibe, dann steht da halt, also wenn ich die Imaginärteile zusammenfasse, steht da R plus J in Klammern Omega L minus 1 durch Omega C, ja, und wenn ich jetzt genau diese 45 Grad Frequenzen haben will, dann muss das R eben genauso groß sein, wie plus minus Omega L minus 1 durch Omega C. und das ist eine Formel, die ich nach Omega umstellen kann, L kenne ich, C kenne ich, R kenne ich, da kommt praktisch eine quadratische Gleichung raus, mit denen ich die 45 Grad Frequenzen ausrechne. Ja, und also, das heißt quadratische Gleichung, da kann man nicht sagen, Omega 1, Omega 2 ist gleich Punkt, Punkt, Punkt und da kommt irgendwas raus und ich sage mal, näherungsweise ist das eben die Resonanzfrequenz Resonanzfrequenz plus minus die halbe Bandbreite. Und die halbe Bandbreite, da zeige ich hier nicht genug Platz, um das irgendwie noch vernünftig aufzuschreiben, ich schreibe mal einfach daneben mit Zoom weiter. Ist das R durch 2N? Genau, also, ja, Moment, da muss ich immer so ein bisschen drüber nachdenken, das kann ich mir nicht alles merken. Also ich weiß immer, die relative Bandbreite ergibt sich aus 1 durch Q. Und Q kann ich mir merken, die Güte ist 1 durch R mal Wurzel L durch C. So, also mit der Formel kann man die Güte ausrechnen, mit der Güte kann man die relative Bandbreite ausrechnen, dann ist die absolute Bandbreite ist die relative Bandbreite mal die Resonanzfrequenz. und wenn wir das jetzt mal einsetzen, also 1 durch die Güte steht da R mal Wurzel C durch L. Ja, das ist genau 1 durch die Güte und die Resonanzfrequenz ist 1 durch die Wurzel L C. So, und dann kürze ich C gegen C und Wurzel L mal Wurzel L ergibt L und dann ist die absolute Bandbreite R durch L. Ja, und hier steht dann, hier kommt dann das halbe her, das R L halbe her. Und dann, ja, und dann kann man das da einfach einsetzen und dann hat man diese Kreisfrequenzen raus. So, und wie groß ist bei diesen Kreisfrequenzen die Verstimmung? Naja, damit müsste man die Formel von der Verstimmung wissen. Und wenn man die weiß, dann kann man natürlich die einfach ausrechnen und jetzt würde ich einfach sagen, hier die Verstimmung und ich schlage jetzt mal nach in der Wikipedia. Verstimmung Elektrotechnik und dann findet man hier eine Formel Omega durch Omega R minus Omega R durch Omega. Ja, und jetzt setzen wir die beiden Omega Werte da ein und Omega R ein und dann kriegt man zwei Verstimmungen raus und Was heißt die zwei Omega Werte? Naja, weil das ja mit Plus und Minus ist. Also wir haben ja eine obere 45 oder sozusagen eine Plus 45 Grad Frequenz und eine Minus 45 Grad Frequenz. Wir können das jetzt mal nochmal schnell machen. Ich meine, das geht jetzt irgendwie relativ flott. Also gehen wir nochmal in den Oktav rein und sagen hier, wir wollen jetzt irgendwie sagen, R sind 5 und L sind 5 Milli, das sind 10 hoch minus 3 und C sind 222,2 Nano, das sind E hoch minus 9 oder 10 hoch minus 9 So, dann können wir mal das Omega R ausrechnen. Das sind 1 durch die Wurzel von L mal C. Das sind 3 30.000 1 durch Sekunde, ja. So, dann können wir Q ausrechnen. Das wäre 1 durch R mal Wurzel von L durch C. Die Güte Die Güte ist 30. So, damit ist die relative Bandbreite das ist 1 durch Q. Das müsste dann ein Dreißigste sein. 0,333 oder 0,0333. Genau. So, und dann können wir eben Tja, Omega Ich nenne das jetzt mal so wie hier Omega 1 Das wäre eben Omega R oder vielleicht rechne ich erstmal B Omega aus. Also die absolute Bandbreite B Omega wäre Omega R mal mal die relative Bandbreite. Das sind 1000 Ja, und bei Güte 30 ist diese Näherung auch schon relativ gut zugegeben. Also Omega 1 wäre Resonanzfrequenz Omega R plus B Omega halbe So, da sollte jetzt 30.000 plus die Hälfte von 1000 30.500 rauskommen Ja, steht da auch ein bisschen verklausuliert und mit einem also das Omega 2 kriegen wir einfach mit einem Minus raus. So, und jetzt wäre die Verstimmung nochmal kurz im Wikipedia-Artikel nachgeschlagen Omega durch Omega R minus Omega R durch Omega Omega, also V1 wäre Omega 1 durch Omega R minus Omega R durch Omega 1 So, und dann sind das auch 0,33 und da klingelt auch ein bisschen was Ja, und wenn man das jetzt nochmal macht für Omega 2 dann sollte da das gleiche rauskommen Das ist dann bloß negativ Also ungefähr das gleiche Weil Tja, das steht hier auch vermutlich für die Bandbreite Ja Beispielsweise ergibt sich wenn man die Frequenzverhältnisse was auch immer also GO heißt obere Grenzfrequenz und untere Grenzfrequenz Ja, und das sind praktisch diese 45 Grad Frequenzen von unserem Resonanzkreis der folgende Bezug zum Verlustfaktor beziehungsweise Gütefaktor eines Schwingkreises oder Filters also die Verstimmung ist 1 durch Q Ja, und bei der Grenzfrequenz und ich meine 1 durch Q haben wir ja gerade schon mal gerechnet ist eben genau das Ja, und deswegen kommt das da auch ungefähr so raus Also rein prinzipiell hätte man jetzt bei der Aufgabe hier auch sagen können diese Frequenzen um die es hier geht das steht mit Sicherheit auch irgendwo im Skript oder irgendwo im Buch Ja Diese Frequenzen um die es hier geht die 45 Grad Frequenzen Hallo, hallo wir machen noch Sprechstunde Okay, wie lange? Boah 20 Minuten Alles klar Ja, 45 Grad Frequenzen Ja, 45 Grad Frequenzen Und die Verstimmung Die Verstimmung bei den 45 Grad Frequenzen ist entspricht der relativen Bandbreite oder ist 1 durch die Güte Das steht mit Sicherheit irgendwo auf so einem Skript so wie das jetzt in dem Wikipedia hier steht Ja, und ich meine wenn man die jetzt mal ganz exakt ausrechnen würde hier irgendwie aus dieser quadratischen Gleichung ähm, dann würde das auch ganz exakt passen mit den, mit den Werten hier ist das jetzt ja so ein bisschen näherungsweise, näherungsweise, näherungsweise weil, naja, weil so wie ich das ausgerechnet habe das eben nur eine Näherung ist Ja, aber mit der Näherung würde man hier auf jeden Fall steht ja Näherung zulässig Ja, und diese Näherung hier die ich jetzt hier gewählt habe oder genutzt habe die gilt eben dann wenn die Güte groß genug ist und sagen wir mal Güte groß genug heißt Güte ist größer als 10 oder sowas also wenn dieser Schwingkreis wirklich schwingt mhm